hey leute hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ls20 hier auf der pioniers map ich bin mit der kleinen klapper raupe auf dem weg zum kuhstall denn da müssen wir düngen und mulchen genau beim letzten mal haben wir hier stroh fällig gemacht ich habe zwischen den folgen die ansehsicht erledigt also wir werden jetzt dünger aufbringen ich habe schon mal so ein paar rätschaften hierher verfrachtet und sollte jetzt anlaufen so weit falsch wir machen wieder an wir klappen auseinander denn die scheiben ecke kann mulchen jawohl der dünger streuer wird wie viel schneller fertig sein deswegen würde den ja eigentlich voll gerne einfach hinterher in die spur schicken dass die hier so sachen machen können dann sind die felder nämlich beide soweit wieder fertig wir müssen noch flügen ganz am ende hinterher zum schluss aber erstmal wird hier auch nicht drüber gezogen dass die sache erst mal so weit funktioniert genau lasst die mal machen dann haben die erst mal zu tun wir gehen jetzt zum naja was sind das ist jetzt nur das ist die wiese ich hätte fast gesagt so ist zum heufeld dieser quatsch der heu wenn da ist sie nämlich fällig und ich würde sagen wir gehen hier mit einem schwad da drüben und dann gleich mit der presse hinterher oder interessant wäre eigentlich ob die helfer damit wirklich alleine klarkommen wir erinnern mich an sich sehr sehr cool aber da bin ich mir noch nicht so sicher wir gucken als allererstes in die produktion naja ein bisschen heu könnte dann noch mal in der stroh könnte da oder machen silage fehlt komplett wir haben aber schon fast 700.000 mischration ding ist aber allerdings bei den kühen das noch so unfassbar viel gras drin das sollen ja erstmal weg schnabulieren bevor wir da was neu drin werfen sonst wird es schwierig war der kollege fährt mit dem schwad und der fort nimmt die presse hinterher so war mein plan mal gucken ob das klappt so okay ja ich weiß und ich wollte eigentlich immer noch felder abstecken nun denn so sei es dann halt eben ein anderes mal so heute machen wir erstmal weil wie sagt der regen der lässt nicht mehr lange auf sie warten 20 minuten noch laut nur und dann ist hier käse also brauchen wir auf ferns dringend die heuballen wenn wir die heuballen immer haben dann ist das alles in mir ja kein thema mehr und die schmeißen halt auch direkt in die mischfutter produktion so wir machen noch mal einen abschließenden check was hier bei dem kuhstall auf dem feld phase ist sieht man immer so schlecht aus der düngerstreuer fährt der mulcher hinterher wir könnten eigentlich der hat doch gerade durch zu tun oder wer ist ein halber halt dabei und die damit arbeit beendet wer wieso was ist mit dir los machst du weiter bitte sag mal na also finde ich erfasst ein bisschen frech von dir zieh mal durch die menschen kommt schon so wie ich wollte doch andere sachen machen und zwar dann gehen wir halt noch mal hier hoch du wenn man flug mit und dann machen wir das schon mal so sachen auf jeden stall hier so brauchen wir ein frontgewicht wann haben wir überhaupt ein frontgewicht achten die drohne oder so dann pesen wir damit nochmal schnell zum kuhstall dann kann der hier gleich hinterher flügen und dann ist das soweit erledigt das ist eigentlich voll geil dann brauchen wir nur noch mit der sämaschine drüber haben wir uns eigentlich schon mal gedanken darüber gemacht was wir denn da beim kuhstall anpflanzen wollen irgendwas was geld bringt wäre dann sicher nicht so verkehrt oder das belieben mir aber nicht so sicher weil baumwolle hätte gerne auf die felder die wir hier dann im busch erstellen die wir erst noch anlegen müssen wir müssen noch sehr viel dschungel kultivieren freunde wir müssen wir auf jeden fall machen habe ich echt bock drauf wird wahrscheinlich im winter hier im spiel ward werden weil alle anderen sachen sind dann soweit erledigt und oh gott wie stimmt ja wir müssen in anderen lands und auch wir müssen richtig produkt sein heute heute müssen wir viele sachen machen ich würde nämlich sehr gerne auf das feld was wir da bei der alten farm haben äh nochmal gerste ausbringen dass wir hühnerfutter haben ja so machen wir das die pesen erstmal lang und dann lassen wir die helfer helfen und wir machen erstmal eine runde heu und in der zeit kann die sämaschine nämlich da lang fahren wir müssen dann vom shop noch mal was naja abholen wäre blöd liefern lassen wäre bald besser wenn ihr das seht wisst ihr was ich meine habe ich ausprobiert klappt ein bein frei oder wir fahren doch mit dem john deere nach hause ja okay da fahren wir mit dem john deere zurück dann fahren wir über dem shop richtung heimathof ähm hat er hier seine arbeit wieder quittiert ne jetzt zieht er durch ne das darf nicht schief gehen also der helfer muss hier durchgehend helfen jetzt wird hier nämlich im anschluss direkt die flügt na also arbeitsbreitentechnisch ist er hier der kleinste von den drei kollegen er hier oben müsste eigentlich warte mal wann muss sie walzt werden ja walzen tun wir später hast kein problem er ist nämlich fast durch hier und die koffer macht automatisch auf dem acker weiter das wäre natürlich ehre naja und der rest hier ne das läuft eigentlich hoffentlich er ist hier am mulchen schrägstrich grobern und der da hinten flücht und dann sollte das feld erstmal soweit wieder tippitoppi sein ja weil kalt brauchen wir hier nicht ne nö 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 müsste alles noch frisch sein wir sind ja nicht weil er hier veranstaltet wir drehen die ganze sache mal so dann kann er nämlich bädefelder bestellen ich hoffe dass er hier drüben weitermacht das wäre sehr schön sehr begrüßenswert die anderen beiden die machen da hinten gemeinsame sache ich bin am überlegen ob ich den flug noch ein bisschen bremse weil die sind dichter beieinander ich glaube der flug ist so ein ticken schneller kann das sein ja ok warte mal dann nehmen wir den noch mal raus da hinten muss gut koordiniert sein sonst läuft die sache schlecht wobei von der arbeitsbreite her dürfen die sich eigentlich gar nicht in die quere kommen das ist nur die arbeitsschwindigkeit aber der flug fährt 18 glück der mulcher hoch ne warte mal was ist denn die vorne oh ne macht der dreck warte mal da müssen wir malen das geht ja so gar nicht guck mal da stehen war malen noch mal Gras wir nehmen mal den hübschen Gras bitte ja dankeschön so dann müssen wir das löschen hier geht ja nicht ok so dann haben wir hier nämlich keine probleme hoffentlich genau der mulcher mulcht der flug der flügt und arbeitsbreitentechnisch doch der müsste sich eigentlich davon distanzieren was macht der düngerstreuer der hat hier ja stellung bezogen er macht den acker hier fertig das hat natürlich wieder mega geil genauso wünsche ich mir nicht aber ich will dass er hier aufhört und da drüben anfängt nämlich genau hier und wäre schön wenn er bis zum ende durchfährt wir hätten viel weiter links ansetzen können ja ich weiß aber nein so die machen das schon pass mal auf dann gehen wir hier hin nehmen uns den kollegen so und dann fahren wir damit mal schnell zum shop ich muss nämlich einkaufen wer hätte gedacht oh nein ey der regen hat angefangen der hat früher angefangen als prognostiziert ach richtig böse mit dem Wetter das ist natürlich richtig eklig pass mal auf ähm ist gerade nicht so wichtig ich hoffe wir können wobei warte mal wir haben Heu denn Heu ist gewendet wenn wir jetzt schwaden und pressen haben wir zwar nasset Heu aber wir haben Heu ähm die Seemaschine die hat eine Arbeitsbreite von 5,2 Meter das ist wichtig passt mal auf ähm diese Walze hat eine Arbeitsbreite von 5,2 Meter wir kaufen die wir machen nur die Felgen ähm ja so weil an die Seemaschine kann man was dranhängen Problem bei der Seemaschine ist äh Quatsch bei der Walze ist guck mal hier vorne du brauchst hier Ackerschiene Schrägstrich Dreipunkt Aufnahme ist ein bisschen blöd weil die Seemaschine hat hinten eine PIN Kupplung ist nicht so schlimm ähm da gehen wir einfach hier runter bei Diversit was war denn das hier vorne? Premium Expensiv wieder irgendwas Neues äh Drei Punkt Palettenheber ist das ne? glaube ich sowas in der Art ja ja ok ja nein brauchen wir nicht wollen wir nicht wir wollen wir brauchen wir möchten ach so schade das da der ist teuer aber das funktioniert zeige ich euch ist der Hammer und es regnet ich meine für den Haushalt ist das schön wenn es regnet so wir wollten Gerste ansehen genau zack nimmt es mal mit habe ich habe ich nämlich irgendwann mal ausprobiert und habe das für gut befunden dann hängen wir nämlich die Seemaschine hinten hinter den Traktor und hängen hinter der Seemaschine das hier ran wenn wir hinten am Traktor dran haben oh ja dann können wir nämlich in die Aussaat gehen und gleichzeitig walzen dann können wir nämlich zwei Arbeitsschritte mit einmal machen ist wieder mega schlau theoretisch könnten wir auch einen Helfer hinterher schicken also hier einen Follow-Me-Helfer aber wenn die Helfer beim Umdrehen vorwärts-rückwärts fahren das findet der Follow-Me-Fahrer echt nicht cool und dann passieren oft Dinge und dann ja genau dann haben wir eigentlich an allen Stellen gerade Arbeit am machen ist voll geil dann können wir Heu machen hier wird dann Gerste anisät und die anderen drei die kümmern sich da hinten um die anderen beiden Felder was am längsten dauern wird ist wahrscheinlich jetzt fliegen aber da haben wir noch einen zweiten den können wir dann da mit hinschicken müssen wir nochmal gucken ja so war nämlich der Plan oh Gott das große Feld sehr schön ja dann haben wir teilweise Monokultur aber dann müssen wir da halt durch danach sieht die Welt ja hoffentlich besser aus aber hey warte mal Regen 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 die fällt mir nicht der sollte erst um 13 Uhr anfangen warum ist das jetzt schon am Start das ist nicht richtig so pass mal auf warte mal habe ich falsch geguckt nee die Sämaschine war doch richtig ja 5,2 Meter und die Walze und die Walze wenn wir sie denn finden äh wo sind die Walze ach hier wir haben ja schon eine die hat 6 Meter die hat 5,2 ja nun die hätten wir doch ranhängen können egal so dann bauen wir dann bauen wir das hier zusammen ah ja doch kommt hin der Tank ist leer der Düngerstreuer ist alle nee doch kann sein warte mal das ist ja der Einzelne mit dem Tank so wir wählen hier erstmal die erste so warte mal hier muss doch Dünger rin halt stopp bevor wir uns den ganzen Zirkus hier zusammenbauen müssen wir erstmal auffüllen so nämlich das sind schon eng aber passt hier vorbei das ist sehr sehr schön so hey aber warte mal der Düngerstreuer der müsste doch fertig sein zeig mal ah Nianz verdammte Hackel die brauchen ja echt Dünger naja ok dann müssen wir da nochmal hin wir können ja einen Noteinsatz starten da haben wir mit dem Pickup und bringen ja einen Sack mit Dünger hin so Freunde ich hoffe nur dass ich hier mit dem Feuer wenn dann so weit alles hinkommt und ausreicht dann werden wir das mal auseinander klappen und dann müsste das hier jetzt schlaufen dann zieht der die Sehmaschine und hinten dran hängt die Walze also ich hab's mal getestet läuft wenn's sich nicht verknotet natürlich so wir hauen mal einen Helfer rein mal gucken was passiert aber eigentlich müsst ihr jetzt anhalten ja und die Walze hinterher schleifen genau so sehr cool ha cool oder also ich mein das olle dicke fette rote Ding da hinten dran naja ist größer wie der Traktor aber was willst du machen ich mein wir müssten das nicht machen aber wir machen das jetzt halt einfach und wie ist das ja cool so warte mal ähm der hat hier gerade Stress kann nicht weiterarbeiten dann gehen wir in den Pickup und nehmen wir uns ein paar Düngersäcke mit dann füllen wir da die Düngerstreuer auf also das war jetzt nicht geplant aber was willst du machen ne als Landwirt steckst halt manchmal nicht drin der Teufel steckt im Detail so wenn Not am Mann ist und die Hütte brennt dann musst du halt los so wir nehmen mal Bede mit weil ich nie weiß und doch die würden Bede drin passen der ist nämlich ja nicht mehr so voll hier der inne so und Abfahrt na die Zeit die drängt es regnet muss ja fertig werden also pesen wir mal schnell rüber warte mal der da hinten ich würde den gerne ah der hat jetzt allen schon umgedreht ne halt stopp ich hoffe dass er nicht mit den Wänden so tolle Probleme hat aber eigentlich müsste das funktionieren ich will ihm nämlich links und rechts sagen wo seine Begrenzung ist und den Rest kriegt er alleine backen hoffentlich dann fahren wir hier nochmal ein Stück zurück ah stimmt das knickt ja da hinten auch ein ja wenn ich müssen wir hier die rote Walze ranhängen aber eigentlich war das recht vernünftig so na zieh mal durch mein Kleiner zeig mal was du kannst mach mal so Sachen boah mit dem Hülspin der Hammer so na sagst du vom Baum fahr einfach dran vorbei ist nicht schlimm ein bisschen wenig Profil auf den Reifen die haben kein Halt hier im Modder auf jeden Fall hat der jetzt eine Weile zu tun das ist immer schön ich sag leider oft das ist schön aber ist halt schön oh ja das klappt schon so wo sind wir denn stehen geblieben mit dem Pickup okay weitergekommen sind wir nicht ich fahr mal schnell zum Kuhstall und mal vorher gucken wir hier nochmal was der hier veranstaltet beim strömenden Regen das ist der Hammer da ist er die Hühner die Hühner Schrecke so also ab zum Hühnerstall der wartet nämlich wo uns da ey und ich sag euch ganz ehrlich ähm ich wollte das eigentlich durchfahren aber ich finde die neue Straße die wir hier gebaut haben mit der Brücke ich finde die echt nicht schlecht vor allem sie geht wirklich sehr sehr schnell dass wir von dem einen Hof zum anderen kommen brauchen wir nicht immer durch den Dschungel und durch die Stadt eiern sondern haben hier mehr oder weniger eine direkte Straßen- oder Wege-Verbindung finde ich sehr sehr gut wir können wirklich fast gerade durchfahren aber nur fast na der Regen gefällt mir überhaupt nicht da sauen die Fahrzeuge alle so doll ein naja so warte mal hier flücht wird hier also jetzt wird hier vernünftig hier arbeitet das ist schön okay so wo steht er denn ja da hinten ist er okay können wir eigentlich gleich neue Dünger kaufen weil ich glaube alles was wir hier bei ach du Schande das reicht doch ja auch nicht oder reicht das? das reicht doch nicht wir fahren mal selber oder ne wir lassen den Helfer helfen nein wir lassen den Helfer nicht helfen Vorteil beim Helfer ist nämlich eigentlich können wir hier ausbringen Menge ja 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 äh wenn wir die Ausbringenmenge verringern dann haben wir weniger Verbrauch müssen wir nur gucken ob das reicht so nein können wir den wieder verbreitern warte mal wir müssen jetzt so jetzt müssen wir aber hinhauen oder? ist jetzt minimal breiter und somit kriegen wir diesen kleinen Keil hier dann auch voll ja okay naja dann Feuer frei dann fahren wir schnell alleine hier dann ist es erledigt dann könnte hier eigentlich der nächste mit dem Flug antreten wobei er muss noch vorher gemulcht werden na mal sehen dann können wir hier schon mal einen Haken hinter machen dann ist eh eine Arbeit schon mal erledigt und ich hab mir gerade überlegt ähm Heu machen wir wenn du für da zu regnen ne das machen wir jetzt nicht noch extra mit on top oben drauf weil dann wäre hier wirklich Halligalli auf der Karte doch das machen wir später dann können wir auf dem Rückweg hier eigentlich wieder Dünger nachfüllen voll machen wir lassen mal den Pickup hinterher fahren dann können wir da gleich noch mal ein paar Düngerpaletten kaufen oder Säcke besser gesagt weil dann ist da nämlich alle so sitzt da nur einer drin der fährt ja ok komm mit jung gib Gas mach die schielen den Augen von dem Pickup ist so cool so ah ja da wird schon mitkommen wir fahren einfach mal oh äh sag mal prasselt jetzt der Regen von oben auf dem Dach das ja nicht vorhanden ist das ist ja wieder interessant ok dann müssen die Arbeiten eigentlich so weit laufen ich will mal immer die Karte angucken was er hier veransch was irgendwie funktioniert nicht so wie ich mir dir die vorgestellt hab ist schade mach mal die Walze runter Meklina komm so dann mach man vernünftig die Walze kann theoretisch sogar unten bleiben aber das hat doch so gut funktioniert nein naja hätte ja klappen können notfalls müssen wir da wirklich mal die rote Walze ranhängen vielleicht liegt die doch daran weil die hat nicht nochmal ein extra Drehpunkt der müsste vielleicht sogar besser laufen die ist zwar breiter aber das ist nicht schlimm ja weil eigentlich ist das ja eine feine Sache hier tja aber wenn die geht dann geht nicht achso ja die beiden Felder müssen ich erst mal kennen lernen ich denke mal nach der ernte jetzt wenn das hier durch ist dann läuft eigentlich alles sauber und ich bin echt auf die zuckerreue spannend mal gucken so warte mal wir wollten ja eigentlich zum Händler fahren wo sie verstehen die blieben da abfahrt ich habe mich schon überlegt das könnte relativ komplex werden wenn wir wirklich auf mehreren Höfen gleichzeitig arbeiten da habe ich mir schon Gedanken zu gemacht dass wir vielleicht wirklich immer so so na Segment für Segment abarbeiten an den kleinen Hof machen wir das Feld fertig an dem Kuhstall machen wir die anderen Bedenfelder fertig ihr könnt mir so bald vorstellen dass es noch einen dritten Hof gibt da wo wir gerade Neuatlantik gekauft haben weil da brauchen wir auch Gerätschaften weil da hätte ich gerne Baumwolle ja wir brauchen noch einen Baumwoll auf jeden Fall kommen da irgendwelche Unterstände hin dass wir da Gerätschaften abhaken können und ich hab da schon wieder was im Hinterkopf was ich noch gerne käuflich erwerben wollen würde ja so für die nächste Kalk Aktion steht da noch der so wir müssen jetzt aber erst mal Dünger kaufen Mineral Dünger ja ok so dann machen wir jetzt mal den Streuer hier voll der rest geht auf ein Pickup wird zwar noch nicht alles weg transportiert werden können vom Volumen her aber mal gucken der frisst ja ordentlich warte mal vielleicht doch so der ist voll wenn die stapeln aber ich glaube dann fährt das Ding nicht mehr das hat sich dann erledigt hier glücklich wir machen mal die rostige klappe auf und dann schauen wir mal ähm Kornkali hoppala so wohn mal geh mal hier beiseite du kannst heute nicht mitkommen tut mir leid ähm ja wie packen wir die am besten hier drauf ist egal wie der steht gerade voll im Weg hier ne dann muss er hier vorne hin so der wohnt jetzt am Zaun so dürfen wir nicht vergessen ist unser aber den sieht man der wenn man daran vorbeifährt so ach Gott das Ding fällt auseinander da können wir ja nicht so viel rauspacken oder was ist denn wenn wir den gleich anstrapsen hier das ist ja selbst das Wetter macht das nicht der Axtbruch ist vorprogrammiert ich sag euch bleib da drauf Mann ach verdammte Hacke stell dich gerade hin so genau so warte mal wir müssen weiter unten anfassen schön aus den Knie heben ja Kinder merkt euch immer schön schwere Sachen aus den Knie heben Spanio da war doch gerade einer so den nehmen wir schon mal so mit das ist toll zwei haben wir noch da kriegen wir noch die backen oder irgendwie kriegen wir das hier alles weg der schlachseite der arme oh Gott über die verrostete ei 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 und eh noch da oben ruf ha siehste sag eh na mal das geht nicht klar geht alles musstet nur wollen mit ganz viel Wald guck mal ist doch wunderhübsch ach du Schande der lenkt ja kaum schön so fahrbar hinterher mein Kleiner komm wir düsen los wir haben noch keine Zeit ähm was macht denn die Sehmaschine hier wir müssen noch mal Kontrolle machen ja notfalls müssen wir die Ecken noch mal nachbügeln also es ist ja ersichtlich wo er noch nicht war weil da ist ja eine Flug Textur oh Entschuldigung dementsprechend äh äh wo ist das andere Auto na traust sich nicht was los da sitzt ja keiner drin hä aber wir haben die doch mit hä wir haben die noch los die schickt oder nicht ach Schande mit Platten also wenn wir angekommen sind ist die Heckklappe komplett abgerostet jetzt sitzt einer drin dann kommen wir mit Abfahrt schafft haltet wir dürfen nicht so schnell fahren die falsche richtung fahr doch nicht die hallo jetzt bin geil spannend der wird ja wieder am baum landen enden irgendwo ist das geil na aber kommt er gibt sich müde helfer guck mal kommt da lang geschlängelt den Weg da so perfekt dann action ich sag ja der lenkt vorne an schlecht der ist hinten so ausgehebelt sieht cool aus ja wie gesagt das machen wir wenn der Regen vorbei ist hier das hat sich dann erledigt heute was macht denn die Sehmaschine da naja wenn nicht lassen wir den mit der Sehmaschine alleine fahren und dann ziehen wir damit den Traktor mit die Walzer nochmal separat hinterher war ja ein Versuch ist jetzt nicht so schlimm wenn es nicht klappt ich hab nur das Gefühl der Traktor ist mega laut oder warte mal ist der Pickup noch hinten dran ja braver Junge sehr schön und stopp geil hat geklappt schöne abenteuerliche Ladung hier ähm ja siehst du da haben wir das zu Hause Leute heute passiert hier nichts mehr ich lass den nicht hier noch zu Ende irgendwie was auch immer er hier macht ja oder ich beendet und das dann machen wir vielleicht beim nächsten Mal fertig warum eigentlich nicht wir müssen uns ja nicht abhetzen oder ähm dann würde ich ihm jetzt untersagen hier weiter zu machen weil das sieht schon sehr sehr abenteuerlich aus was hier passiert gerade so die Walze wird hinterherzogen vielleicht passiert unter Aufsicht nicht irgendwelche komische Zeug so wir machen mal die Walze wieder runter wie gesagt die kann ja unten bleiben das stört ja kein weil wenn wir das selber machen dann ist glücklich alles ja nicht so schlimm so Sehmaschine runter und gib ihm alles okay ne pass auf ähm wir hängen hier mal die Walze ab und dann hängen wir den roten Adapter ab wir behalten den mal also den werden wir jetzt nicht verkaufen den stellen wir hier irgendwo in der Ecke da wo er richtig schön stört und dann werden wir mal weiter sehen dann lasse ich hier den Helfer jetzt weiterfahren mit der Sehmaschine die ist eh bald alle Gott sei Dank haben wir Dünger gekauft da können wir gleich auffüllen siehste bevor wir alles wegstapeln ich find schon wieder kein Ende Leute so haben wir den schon mal Saatgut ist so gleich alle ähm kommen wir hier durch na klar kommen wir hier durch so voll machen sehr gut und dann kann der hier weitermachen ähm die anderen beiden Typen die sind ja hier auch noch beschäftigt ne die nehmen sich das Feld hier vor danach ist das hier auch noch dran also es ist Programm und ich wollte eigentlich Felder anmalen markieren weil wir haben hier sehr viel Land und wir brauchen neue Ackerflächen ich hab nämlich Bock Baumwolle ja es regnet wir stehen hier unter Dach und Fach das ist gerade sehr praktisch sehr schön und ja war wieder so eine kleine chaotische Katastrophenfolge aber hat Spaß gemacht und ich hatte auch fast das Gefühl wir sind produktiv wir wollten eigentlich mehr machen Regen sagt nein aber hätten wir eh nicht geschafft von daher haben wir noch was für nächstes Mal ich freu mich ich hoffe ihr seid wieder mit dabei bis dahin mach die Quatsch und Reni Hau was was sind das war haben ja das war und auch ja 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 ja